Musik 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 Sehr gut, ja dann fange ich mal gemütlich an mit dem siebenten Wochenspruch, bei dem schon eine sehr starke Änderung ist, also es zieht jetzt unser Bewusstsein, unsere Seele schon ziemlich hinaus in die Welt. Mein Schwester wird vielleicht auch noch einmal danach werden. Schauen wir mal. Mein Selbst, es drohet zu entfliehen, vom Weltenlichte mächtig angezogen. Nun trete du, mein Ahnen, in deine Rechte kräftig ein. Ersetze mir des Denkens Macht, das in der Sinneschein sich selbst verlieren will. Also das heißt, je mehr wir uns jetzt draußen mit der Sinneswelt verbinden, umso mehr, naja, wird das Denken einfach ein bisschen dumpfer und damit eben auch das Selbstgefühl in Wahrheit. Wir verlieren uns ein bisschen an die Sinneswelt draußen. Aber es ist zugleich die Möglichkeit, mehr ein Ahnen zu spüren und nämlich wirklich auch ein Ahnen von dem, was halt seelisch da in der Natur draußen wird. Es tritt eigentlich stärker dann hervor. Das wurde ja schon vorbereitet in den Sprüchen vorher, dass man draußen auch Wesen meines Wesens fühlen kann. Und das könnte jetzt so zu einem deutlichen Ahnen werden mit der Zeit. Und das ersetzt eben jetzt in gewisser Weise des Denkens Macht. Und interessant ist ja der Schlusswort, ersetze mir des Denkens Macht, das in der Sinneschein sich selbst verlieren will. Das heißt, es will sich auch ein bisschen verlieren draußen. Das ist also gar nicht schlecht, dass wir so einen gewissen Rhythmus drinnen haben. In der Winterzeit, in der Tiefwinterzeit ganz bei uns zu sein, ganz im wachen Denken drinnen zu sein. Aber jetzt das ein bisschen loszulassen. Loslassen wollen auch. Das ist so der große Atemrhythmus, der durchs Jahr halt durchgeht. So wie wir im Kleinen Einatmen, Ausatmen haben. Einatmen ist auch eigentlich immer spurbewusster werden. Ausatmen ist ein bisschen mehr ins Träumerische zu kommen. Also ganz leicht. Es sind leichte Unterschiede. Aber die sind wichtig eigentlich. Und da startet es jetzt mit dem siebten Wochenspruch sehr deutlich hinein, dass es jetzt mehr in dieses Ahnen, in dieses Mitfühlen mit der Welt draußen geht. Weniger, um es jetzt ganz in nüchternen Gedanken zu konturieren alles. Diesl, einfach. Ich lese es noch einmal. Mein Selbst, es drohet zu entfliehen, vom Weltenlichte mächtig angezogen. Nun trete du, mein Ahnen, in deine Rechte kräftig ein. Ersetze mir des Denkens Macht, das in der Sinne schein sich selbst verlieren will. Also es geht hier vor allem nämlich um dieses, wie soll ich sagen, so sehr stark Gehirn-Kastl-Denken. Also wo man so sieht, das wird jetzt ein bisschen schwieriger einfach. Aber dafür geht dieses Ahnen mehr. Ein bisschen loslassen können einfach auch. Ja, soviel dazu. Das war es aber flott, François. Ihr habt jetzt den Wochenspruch gemacht. Ich habe jetzt gerade den Wochenspruch gemacht. Und, ja gut. Also der David, der heute, habt ihr das schon gesagt? Der David, der heute die Zusammenfassung machen wollte, kann leider nicht. Jetzt sind wir halt ohne Wiederholung vom letzten Mal. Machen wir jetzt einfach mal weiter, oder? Für sich auch schon. Wir könnten vielleicht die Gelegenheit nutzen, nochmal die Veranstaltung am Freitag zu erwähnen. Kleine Planänderung, dass wir also am Freitag, mache ich jetzt einfach mal, ne? Also am Freitag haben wir für gewöhnlich um 18 Uhr die Nebenübungen live. Und das verschieben wir dann auf den nächsten Freitag und werden an diesem Freitag um 18 Uhr auch mit der gleichen ITZI Einwahladresse, mit den Nebenübungen, werden wir was zu Pfingsten machen. Wir haben auch mal einen Text und wir werden das, so wie die Oster-Imagination, gibt es eben einen Text, den wir ausgewählt haben, der mit Pfingsten zu tun hat. Und die Angaben, wo man da Näheres dazu findet, das findet ihr an verschiedenen Stellen mittlerweile. Einmal habe ich es am Newsletter heute verteilt und dann im Newssticker, glaube ich, habe ich es nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe einen YouTube-Film angelegt, live. Also wenn man im YouTube-Kanal schaut, sieht man, aha, Veranstaltungen am kommenden Freitag mit Pfingsten. Und dann, wenn man dann aufklappt, dann ist ein Text da drunter und dann sieht man, welche PDF das ist. Mhm. Okay, hiermit. Genau. So viel weiter. Der Text ist in der Verfügung. Sehr gut. Gut. Roswa, du hast irgendwie so ein Nebengeräusch. Du hast jetzt umgeschaltet, ja. Jetzt ist ein kleines Bildchen im großen Bildchen. Ja, ich wundere mich sehr. Ich weiß nicht. Jetzt ist es wieder gut, oder? Jetzt ist es wieder normal, ja. Komisch. Nicht so Funkgeräusche, so Bii, Bii, Bii. Ja. Und ihr meint, die kommen von mir? Ja, wir sind sehr weiter. Nein, das ist, seitdem du wieder da bist. Ja, ich drücke mir das Mikro noch mal auf aus. Mhm. Ja. Jetzt ist es gut. Jetzt ist es aus. Ja, das dürfte wirklich der Funksender sein. Matthä ist heute nicht dabei. Weißt du das? Doch, der war schon da. Ich weiß nicht, wo er hin verschwunden ist. Ich meine auch. Das ist auch irgendwie. Mali ist jetzt auch wieder unsichtbar geworden, ja. Und dich hören wir jetzt nicht, François. Ja, das ist genau. Ich habe das Mikro wieder an, pardon. Ist jetzt das Piepen immer noch da? Ja, ja. Ist das sehr schlimm? Unerträglich, oder? Ja, ich mache immer so piep, piep, piep. Komisch. Also, dann mache ich es so, dann mache ich es immer aus und nur wenn ich Bedarf schalbe, mache ich an, ja. Okay. Wollen wir einfach weiterlesen? Lesen wir einfach weiter, ja. Bin ich jetzt da? Ja, Matthä. Genau, ich sehe dich, ja, Matthä. Okay. Weil Wolfgang hat gesagt, dass ich nicht da bin, aber ich war da. Okay. Nein, zuerst habe ich nicht einmal Kastl gesehen, nämlich. Ah, okay. Aber jetzt ist alles da. Nur die Mali sehe ich jetzt nicht. Die Mali ist jetzt weg, ja. Okay. Habt ihr eine Textstelle für mich im Taschenbuch? Vor dem Zusatz zur Neuauflage. Der Zusatz zur Neuauflage, genau. Und zwar ist das, im PDF ist es auf Seite 100 bei mir, ja. Also das ist am Ende des Kapitels, das nächste Kapitel ist dann die menschliche Individualität. Und da ein paar Seiten zurück. Ich weiß noch, hast du die welche Ausgabe wie ich? Zeig mal deine. Leider nicht, ich habe die hier. Okay. Also in der Ausgabe ist es Seite 98. Mhm. Das ist in jeder Arm, das. Aber... Der Abschnitt müsste beginnen mit, was ist also die Wahrnehmung, oder? Zusatz zur Neuauflage 1918. Ja, das ist ein Stück danach. Ich glaube, dort sind wir, ja. Okay. Mhm. Dann ist es Seite 100, ja. Mhm. 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 Hast du es gefunden, François? Nee. Bei mir ist es 80. Ja, es ist... Ach, Mali, du bist bitte da. Aber es ist auch schlecht trotzdem. Mali, hast du... Welches Buch hast du das, oder hast du das als PDF? Also, wenn du suchst, das Kapitel, die menschliche Individualität, das ist das 6. Kapitel, wenn du da eins, zwei, drei, vier, vier, vier Seiten etwa zurückblätterst, dann steht dort irgendwo Zusatz zur Neuauflage 1918. Okursiv geschrieben. Okursiv geschrieben. Okursiv geschrieben, ja. Okursiv geschrieben, ja. Vier Seiten zurück von der menschlichen Individualität. Ja, ungefähr. Okursiv geschrieben, ja. Ja, ungefähr. Es wird vielleicht die selten Zahl auch nicht ganz überheben. Super. Sehr gut. Gute. Wer will denn lesen? Zusatz zur Neuauflage. Ich kann mal anfangen. Gut. Zusatz zur Neuauflage 1918. Die Anschauung, die hier gekennzeichnet ist, kann als eine solche angesehen werden, zu welcher der Mensch wie naturgemäß zunächst getrieben wird, wenn er beginnt, über sein Verhältnis zur Welt nachzudenken. Er sieht sich da in eine Gedankengestaltung verstrickt, die sich ihm auflöst, indem er sie bildet. Diese Gedankengestaltung ist eine solche, mit deren bloßer theoretischer Widerlegung nicht alles für sie Notwendige getan ist. Man muss sie durchleben, um aus der Einsicht in die Verirrung, in die sie führt, den Ausweg zu finden. Sie muss in einer Auseinandersetzung über das Verhältnis des Menschen zur Welt erscheinen, nicht darum, weil man andere widerlegen will, von denen man glaubt, dass sie über dieses Verhältnis eine unrichtige Ansicht haben, sondern weil man kennen muss, in welche Verwirrung sich jedes erste Nachdenken über ein solches Verhältnis bringen kann. Man muss die Einsicht gewinnen, wie man sich selbst in Bezug auf dieses erste Nachdenken widerlegt. Von einem solchen Gesichtspunkte aus sind die oberen Ausführungen gemeint. Genau. Das haben wir ja erlebt, dass es irgendwie uns genau in diese Verzweiflung geführt hat auch. Das hat das System. Wer sich eine Anschauung über das Verhältnis des Menschen zur Welt erarbeiten will, wird sich bewusst, dass er mindestens einen Teil dieses Verhältnisses dadurch herstellt, dass er sich über die Welt Dinge und Welt Vorgänge Vorstellungen macht. Dadurch wird sein Blick von dem, was draußen in der Welt ist, abgezogen und auf seine Innenwelt, auf sein Vorstellungsleben gelenkt. Er beginnt sich zu sagen, ich kann zu keinem Ding und zu keinem Vorgang eine Beziehung haben, wenn nicht in mir eine Vorstellung auftritt. Von dem Bemerken dieses Tatbestandes ist dann nur ein Schritt zu der Meinung, ich erlebe aber doch nur meine Vorstellungen. Von einer Welt draußen weiß ich nur, insofern sie Vorstellung in mir ist. Mit dieser Meinung ist der naive Wirklichkeitsstandpunkt verlassen, den der Mensch vor allem Nachsinnen über sein Verhältnis zur Welt einnimmt. Von diesem Standpunkt aus glaubt er, er habe es mit den wirklichen Dingen zu tun. Von diesem Standpunkt drängt die Selbstbesinnung ab. Sie lässt den Menschen gar nicht hinblicken auf eine Wirklichkeit, wie sie das naive Bewusstsein vor sich zu haben meint. Sie lässt ihn bloß auf seine Vorstellungen blicken. Diese schieben sich ein zwischen die eigene Wesenheit und eine etwa wirkliche Welt, wie sie der naive Standpunkt glaubt, behaupten zu dürfen. Der Mensch kann nicht mehr durch die eingeschobene Vorstellungswelt auf eine solche Wirklichkeit schauen. Er muss annehmen, er sei blind für diese Wirklichkeit. So entsteht der Gedanke von einem für die Erkenntnis unerreichbaren Ding an sich. Solange man bei der Betrachtung des Verhältnisses stehen bleibt, in das der Mensch durch sein Vorstellungsleben mit der Welt zu treten scheint, wird man dieser Gedankengestaltung nicht entgehen können. Auf dem naiven Wirklichkeitsstandpunkt kann man nicht bleiben, wenn man sich dem Drang nach Erkenntnis nicht künstlich verschließen will. Dass dieser Drang nach Erkenntnis des Verhältnisses von Mensch und Welt vorhanden ist, zeigt, dass dieser naive Standpunkt verlassen werden muss. Gäbe der naive Standpunkt etwas, was man als Wahrheit anerkennen kann, so könnte man diesen Drang nicht empfinden. Aber man kommt nun nicht zu etwas anderem, das man als Wahrheit ansehen könne, wenn man bloß den naiven Standpunkt verlässt, aber ohne es zu bemerken, die Gedankenart beibehält, die er aufnötigt. Man verfällt in einen solchen Fehler, wenn man sich sagt, ich erlebe nur meine Vorstellungen. Und während ich glaube, ich habe es mit Wirklichkeiten zu tun, sind mir nur meine Vorstellungen von Wirklichkeiten bewusst. Ich muss deshalb annehmen, dass außerhalb des Umkreises meines Bewusstseins erst wahre Wirklichkeiten, Dinge an sich liegen, von denen ich unmittelbar gar nichts weiß. Die irgendwie an mich herankommen und mich so beeinflussen, dass in mir meine Vorstellungswelt auflebt. Wer so denkt, der setzt in Gedanken zu der ihm vorliegenden Welt nur eine andere hinzu. Aber er müsste bezüglich dieser Welt eigentlich mit seiner Gedankenarbeit wieder von vorne beginnen. Denn das unbekannte Ding an sich wird dabei gar nicht anders gedacht in seinen Verhältnissen zur Eigenwesenheit des Menschen als das Bekannte des naiven Wirklichkeitsstandpunktes. Ihr sagt Bescheid, wenn wir eine Pause machen sollen. Man entgeht der Verwirrung, indem man durch die kritische Besonnenheit in Bezug auf diesen Standpunkt gerät nur, wenn man bemerkt, dass es innerhalb dessen, was man innen, in sich und außen in der Welt wahrnehmend erleben kann, etwas gibt, das dem Verhängnis gar nicht verfallen kann, das sich zwischen Vorgang und betrachtenden Menschen die Vorstellung einschiebt. Und dieses ist das Denken. Dem Denken gegenüber kann der Mensch auf dem naiven Wirklichkeitsstandpunkt verbleiben. Tut er es nicht, so geschieht das nur deshalb, weil er bemerkt hat, dass er für anderes diesen Standpunkt verlassen muss, aber nicht gewahr wird, dass die so gewonnene Einsicht nicht anwendbar auf das Denken ist. Wird er dies gewahr, dann eröffnet er sich den Zugang zu der anderen Einsicht, dass im Denken und durch das Denken dasjenige erkannt werden muss, wofür sich der Mensch blind zu machen scheint, indem er zwischen der Welt und sich das Vorstellungsleben einschieben muss. Von durch den Verfasser dieses Buches sehr geschätzter Seite ist diesem der Vorwurf gemacht worden, dass er mit seiner Ausführung über das Denken bei einem naiven Realismus des Denkens stehen bleibe, die ein solcher vorliege, wenn man die wirkliche Welt und die vorgestellte Welt für eines hält. Doch der Verfasser dieser Ausführungen glaubt eben, in ihnen erwiesen zu haben, dass die Geltung dieses naiven Realismus für das Denken sich aus einer unbefangenen Beobachtung desselben notwendig ergibt und dass der für anderes nicht geltende naive Realismus durch die Erkenntnis der wahren Wesenheit des Denkens überwunden wird. Gut, damit haben wir das Kapitel geschafft. Ja, mit ganz spannenden Sätzen jetzt hier am Ende. Es ist schon interessant, wir haben ja vielleicht, wenn man ein bisschen zurückgreifen auf das letzte Mal, wo er so beschlossen, also wo am Ende dann diese Unterscheidung kam, dass eigentlich Wahrstellungen subjektive Wahrnehmungen sind und Wahrnehmungen nennt man dann objektiv, weil sie nicht zu mir gehören, sondern zur Welt. Mhm. Und dass sich zwischen... Hier wird aber dann weiter gezeigt, dass von der Wahrnehmung eine Vorstellung entsteht in mir, subjektiv. Und diese Vorstellung ist eigentlich Erinnerung. Mhm. Und wenn immer sich Erinnerung zwischen der Welt und mir stellt, halt eben die Wirklichkeit angeschaut wird, sondern einfach die Erinnerungsvorstellung. Das Denken aber ist unmittelbar, wie ich jetzt hier verstanden habe, den letzten Absatz. Mhm. Das Denken sieht die Wirklichkeit unmittelbar. Geistige Wirklichkeit, weil das Denken haben wir ja am Anfang zur geistigen Tätigkeit des Ichs gestellt. Im Denken ist das Ich drinnen. Und das finde ich einfach immer schön, das zu erleben. Mhm. Absolut. Und spannend ist ja auch von der Gegenseite, dass man ja durchaus daraus die These formulieren könnte, in dem Moment, wo ich also quasi mir klar mache, es gibt keine reine Wahrnehmung im menschlichen Wesen. Also wir können nicht wie eine Maschine einfach nur ganz neutral Eindrücke aufnehmen, sondern es verbindet sich direkt etwas damit. In dem Moment könnte man ja direkt sagen, die Wahrnehmung des Menschen ist automatisch verknüpft mit dem Übersinnlichen. Also dieses Neutrale, dass die Wissenschaft ja oft sagt, wir beobachten einfach ganz neutral, wir dokumentieren nur, was vor unseren Augen abläuft, ist ja dann so gesehen trotzdem verknüpft mit dem, was sie sagen, was es ja nicht gibt. Nämlich. Ja, ja. Unendrinbar. Genau. Also du meinst jetzt die Wahrnehmung. Du sprichst jetzt von der Wahrnehmung. Ja, genau. Und ich denke, der Christoph meint das aber trotzdem ja, da ich das ja erkenne, was da draußen ist, dass trotzdem jedenfalls das Denken dabei ist, aber das muss ich dazu bringen. Und das ist natürlich auch in der Wissenschaft da, klar. Mhm. Und das Denken ist ja ein übersinnlicher Vorgang. Richtig. Richtig. Weil sinnlich anschauen kann ich es nicht. Auch nicht, wenn ich es hier in Kassel aufmache. Die Einsicht dazu ist auch dazu gewährleistet, dass Begriffe dieser Erkenntnistheorie auch Wahrnehmungen sind im Endeffekt. Sonst kommst du zu nichts. Bei alle anderen Wege haben sich ja als unfruchtbarer Wissen für eine Erklärung der Erkenntnis außer diese Möglichkeit, dass die Begriffe auch Wahrnehmungen sind. Die sind aber nicht in der äußeren Welt, sondern kommen von innen, weil wir sind ja beim Denken immer dabei. Für mich ist das dieser sichere Punkt, diese Sicherheit, die wir als Antwort auf die erste Wurzelfrage sehen können. Genau. Die Sicherheit der Erkenntnis ist es da. Nicht außen, sondern in der Intuition eigentlich. Mhm. Genau. Und nur wenn ich in der Intuition lebe, wenn ich sie durchlebe, schiebe ich die Vorstellung nicht vor der Welt. Und dann bin ich eigentlich in der Welt oder die Welt in mir. Also dann spielt das eigentlich gar keine Rolle. Kannst du doch ein bisschen dechiffrieren, Mathe? Kannst du mir nicht jetzt noch was nehmen? In der Hinsicht, also meine Frage so ist nämlich, ähm, erste Wurzelfrage, die eine Sache und das andere ist, ich glaube es geht ums Denken und es geht darum, ähm, wie kann ich feststellen, dass, äh, ähm, dass ich, also einen festen Halt im Leben habe, also das hat ja mit mir als, mit mir zu tun, als Betrachter oder Beobachter. Kannst du es vielleicht mal mit anderen Worten sagen? Darum geht es mir jetzt noch. Die erste Wurzelfrage ist, eine Welt, eine Anschauung des menschlichen Wesens zu erlangen, aus der ich eigentlich verstehen kann, ob ich ein freies Wesen bin oder nicht. Also ob ich der Naturnotwendigkeit der materiellen Welt unternehme. Das ist die erste Frage, eine Anschauung des Menschen. Und wir haben ja bis jetzt mehrere Aspekte des menschlichen Wesens kennengelernt, also neben dem Denken auch fühlen, aber wir haben gesehen, dass wir das Denken unbedingt anschauen müssen, dass wir sehen, ob es solche Motive gibt, denen ich nicht gezwungenermassen unterliege. Dass diese Frage der Freiheit direkt verbinden, verbunden ist mit der Frage des Denkens. Und dann gab es ja dieses Kapitel von der Welt als Wahrnehmung, in dem gezeigt wird, dass naive Realismus, nämlich dass die Dinge einfach so draußen sind und ich kriege mit der Wahrnehmung, also mit dem Objekt auch den Gedanken dazu, nicht möglich ist, wegen meiner Organisation. Ich bin so organisiert, dass ich die Welt zerstückele durch Wahrnehmung und durch das Denken, das aber nicht von der Wahrnehmung kommen kann, wieder verbinde. Deswegen kann das Denken nie aus der materiellen Welt kommen, sondern ist sozusagen die materielle Welt auch eine geistige Welt für mich, die aber von innen, in diesem Fall, wenn du das gedanklich erfasst, von innen kommt. Und diese Intuition ist deswegen der einzige Punkt, wo du sagen kannst, ich sehe jetzt etwas. Bei uns siehst du ja immer nur die Vorstellung, weil die Wahrnehmung bringt die Vorstellung in die Seele hinein, drückt sich ab. Was bleibt, wenn der Baum weg ist, ist nur diese Vorstellung. Das Denken kommt von innen, aber von der anderen Seite, weil vom Baum, Baum sagt mir nicht, dass er Baum ist. Also moderne Informationstheorien, Informationsübertragung hat schon Dr. Maturana ganz klar experimentell abgelegt, also widerlegt. Nebelsteiner, also es ist nicht möglich, dass der Baum etwas sagt. Es kommt von einer anderen Seite. Das ist das Denken, die Intuition. Deswegen ist die Intuition das Gleiche, was die Wahrnehmung ist für die äußere Welt. Und hier ist der sichere Punkt, dass das Denken eine geistige Tätigkeit ist und dass das Denken so wie ein letzter Ausfluss von dieser geistigen Welt ist. Und auch alles Materielle hat geistigen Untergrund. Ich verstehe dieses Kapitel so, das Erkennen der Welt. Und das, was mich glaube ich immer mal so ein bisschen nachdenklich macht, ist mit Intuition. Ist das jetzt, setzt du das jetzt gerade gleich mit dem Denken, oder? Auf eine Art ja, also wenn es sich auf die materielle Welt bezieht, auf die äußere Welt, aber wenn man noch andere Welten schaut, dann sehe ich das nicht als gleichgesetzt. Irgendwie so. Aber jetzt so in dem Beispiel mit dem Erkennen eines Baumes zum Beispiel. Ja, dann erzähl ich das gleich, genau. Wenn der Gedanke dann noch hinzukommt, also Beobachtung, Beobachtung, Gedanke. Ja. Ich will dich auch nicht festnageln, nur ich wollte es verstehen, wie du die Begriffe da verwendest mit Intuition und Denken. Also in diesem Fall der materiellen Erkenntnis eines Baumes, ja. Ich muss doch eine Intuition finden, die mir sagt, das ist ein Baum. Weil der Baum sagt mir das nicht. Ja, naja, es ist darauf, also in der Druckausgabe, beziehungsweise in PDF-Seite 95, das ist ein paar Seiten vorher, ist es ja so schön geschrieben. Also diesen Inhalt, also das, was das Denken jetzt, also da steht vorher mal, diese Tätigkeit des Denkens ist eine Inhaltvolle. Also das Denken bringt einen eigenen Inhalt hervor. Es ist nicht bloß das von draußen Genommene, sondern es bringt selbst einen Inhalt herein. Denn nur durch einen ganz bestimmten, konkreten Inhalt kann ich wissen, zum Beispiel warum die Schnecke auf einer niedrigeren Organisationsstufe steht als der Löwe. Der bloße Anblick, die Wahrnehmung, gibt mir keinen Inhalt, der mich über die Vollkommenheit der Organisation belehren könnte. Dann geht es weiter. Also diesen Inhalt bringt das Denken der Wahrnehmung aus der Begriffs- und Ideenwelt des Menschen entgegen. Im Gegensatz zum Wahrnehmungsinhalt, der uns von außen gegeben ist, erscheint der Gedankeninhalt im Innern. Die Form, in der er zunächst auftritt, wollen wir als Intuition bezeichnen. Also für das verwendet er jetzt den Begriff Intuition, also die Art, wie der Begriff in meinem Bewusstsein auftaucht. Und dann steht noch weiter, sie ist für das Denken, was die Beobachtung für die Wahrnehmung ist. Also so eine Art innere Wahrnehmung. Ich nehme also diesen Begriff innerlich wahr, sozusagen. Gedankeninhalt. Wolfgang, könnte ich da mal zu eine Frage stellen, weil das schon eine Sache ist, die mich auch schon sehr lange beschäftigt. Also könnte man dann sagen, wir sehen eine stoffliche Manifestierung in der physischen Welt. Die nehmen wir wahr mit den Augen. Und dann bilden wir die Brücke, wir wollen durch unsere Erkenntnis, also unseren Willen zur Erkenntnis, möchten wir ergründen, was tritt uns da entgegen. Und in dem Moment schicken wir sozusagen ein Signal mittels unseres Ätherleibs, unserer Ätherorganisation, schicken wir dann in die Seelenwelt, von da aus in die geistige Welt und empfangen da ein Gegensignal. Also sozusagen, wir zapfen die Idee an, jetzt mal so salopp formuliert. Und diese Idee des Löwen zum Beispiel sendet dann wieder geistige Signale aus, die sich dann durch die Seelenwelt dann wieder im Ätherischen zeigen, weil das Denken ist ja ein ätherischer Vorgang. Und dort nehmen wir es dann als Gedanke wahr, kann man das so sagen? Ja, aber damit wir nicht zu weit vom Text weggehen, weil da ist ja nirgendwo von einem Ätherleib oder so, wo die Rede ist. Es geht nämlich auf einer einfachen Ebene auch. Ich meine, es geht letztlich darum, dass in der Wirklichkeit das, was wir mit den Sinnen wahrnehmen, noch nicht die ganze Sache ist. Also der Löwe besteht einerseits aus dem, was wir durch die Wahrnehmung bekommen, aber auch aus dem begrifflichen Element, nämlich, dass dieser Löwe eine bestimmte Gesetzmäßigkeit in sich hat, durch die er Löwe eben ist. Und nur wir nehmen diese beiden Hälften, die eigentlich in Wahrheit zusammengehören und die in der Natur auch nicht getrennt sind, weil es gibt in der Natur nichts, was nicht auch eine Gesetzmäßigkeit in sich hätte, die es zu dem macht, was es eigentlich ist. Und genauso wie kein Stein, der runterfällt, ohne der Gesetze, der Schwerkraft ist oder so. Und in der Natur ist das eines eigentlich, das gehört zusammen. Nur wir trennen es zunächst. Weil bei der Wahrnehmung wird diese Seite ausgeblendet. Also die, die aber in der Wirklichkeit im Grunde untrennbar verbunden ist miteinander, aber wir in unserem Bewusstsein trennen es. Und damit wird eigentlich also das, was die Sinne liefern, zunächst nur eine halbe Wirklichkeit. Und die zweite Hälfte kommt eben mit dem Denken. Wir machen es eigentlich, indem wir das zusammenführen, wieder zu dem Ganzen, das es eigentlich ist. Wir haben es nur in unserem Bewusstsein gespalten. Und tatsächlich gegenüber dem, im Alltagsleben machen wir es ja sowieso immer, weil wenn ich, weiß ich nicht, eine Eiche draußen sehe, eine Eiche sehe, dann habe ich schon den Begriff dabei in Wahrheit. Und das ist aber dann schon die Verbindung in Wahrheit vom Begriff wieder und Wahrnehmung. Im Alltagsleben machen wir das ununterbrochen. Es ist eigentlich ganz normal, dass wir die Verbindung wieder sehr schnell herstellen. Vor allem bei den Dingen, die uns bekannt sind. Wo wir bereits irgendwo uns einmal den Begriff gebildet haben, den wir dann auch nicht mehr vielleicht aktuell denken, sondern halt nur mehr fertig aus dem Gedächtnis dazu bringen. Deswegen schauen wir die meiste Zeit in unser Gedächtnis, oder? Das ist dort, wo sich eine Vorstellung innerlich wahrnehmen lässt. Und da kommt dann sehr leicht eben dieser Vorstätte, dass alles ist eine Vorstellung. Aber man muss eben trotzdem deutlich unterscheiden, die Wahrnehmung draußen ist schon was anderes als die Vorstellung, die ich mir dann innerlich bilde. Weil es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt nämlich der Begriff, der sich bildet, ob ich das mit dem, was von der Wahrnehmung kommt, verbinde. Oder ob ich die Augen, wenn wir jetzt nur die Augen her zumache, das, was vorher von der Wahrnehmungseite gekommen ist, nur innerlich verbinde mit dem Begriff. Dann habe ich nämlich die Vorstellung. Da ist die Wahrnehmung außen weg. Ich schaue nicht mehr auf die Eiche, sondern ich versuche mir sie nur innerlich vorzustellen. Aber der Begriff ist trotzdem dabei, weil sonst würde ich mir keine Eiche vorstellen. Also wenn ich die Eiche als Wirklichkeit empfinde, dann deswegen, weil da kommt die Wahrnehmung und ich schicke dem Begriff entgegen, der zu ihr dazugehört. Und dann erlebe ich die Eiche wirklich als Wirklichkeit eben, als physische Wirklichkeit von mir aus. Aber klar, ist sie ja, aber wenn kein Begriff dazu wäre, wäre es in Wahrheit, das haben wir ja vorher gesehen, im Grunde ein völlig unstrukturiertes nichts. Jedenfalls würde ich keine Struktur wahrnehmen, ich würde es nicht erkennen. Ich habe meine Frage, vielleicht kann es helfen, also vielleicht kann es mir schon mal helfen und vielleicht anderen. Wo ist jetzt der Unterschied, wenn ich auf einer Parkbank sitze, ich sehe eine Eiche und ich gaffe die an und denke mir, ja, und dann sehe ich einen Vogel und denke mir, Vogel. Oder ob ich dem lebendig begegne. Ich sitze auf der Parkbank und, also wie auch immer das gehen könnte. Ja. Dann nehmen wir jetzt mal die Eiche, also die Eiche zu erleben und wirklich, das, wenn ich, sagen wir mal in dem Fall, wo ich nicht glotze, so stehe ich danach auf und dann lebt sie in mir weiter. Wo ist jetzt der Unterschied bei den... Nein, es ist insofern ein Unterschied, eben, weil wir vorher gesagt haben, bei den meisten Dingen, denen wir im Alltag begegnen und die wir gut kennen, denke ich in Wahrheit nicht, sondern hole aus dem Gedächtnis den Begriff heraus, den ich mir schon längst gebildet habe. Und das ist eine sehr, sehr blasse Form des sich Verbindens damit. Wie nennen wir das denn Vorstellung? Oder wie nennen wir das? Nennen wir das Begriff, was wir... Also in diesem Gaffen-Pfeil, ja? Ja. Wenn man so... Ach, Eiche. Ja, damit ist überhaupt... Also ich erkenne Eiche, aber es ist halt dann nicht viel mehr wirklich als das Wort Eiche, aha, Baum. Und es ist eine sehr oberflächliche Begegnung mit dem Baum dann. Weil ich nicht wirklich ein intensives, aktuelles Denken dazu bringe, sondern einen sehr abstrakten, sehr dünnen, fertigen Begriff, den ich nur aus dem Gedächtnis hole, aber nicht wirklich aktuell denke. Das macht den Unterschied aus. Aber wenn ich wirklich jetzt intensiv ins Denken hineingehe und dann werden auch mir immer mehr Details wahrscheinlich bei der Eiche bewusst werden, die ich so nämlich gar nicht wahrnehme. Weil in Wahrheit, ohne dass der Begriff dazukommt, kann ich in Wahrheit nichts wahrnehmen. Weil dann ist es ein völliges Chaos. Wenn gar nichts Begriffliches dazukäme, wäre es ein völliges Chaos. Ich kann nicht einmal sagen, es ist rot, weil das wäre schon ein Begriff. Wenn ich etwas als rot erkenne, ist schon eine begriffliche Erkenntnis dabei. Also ohne das Denken oder ohne den Begriff, sagen wir es einmal jetzt so, zerfällt mir die Wahrheit eigentlich in ein völliges Chaos, in dem ich nichts mehr unterscheiden kann. In dem Moment, wo ich unterscheide, ist bereits Begriff dabei. Mali, wolltest du etwas sagen? Ja, ich wollte etwas sagen, wollte aber niemandem unterbrechen. Hört mich gut? Ja, ja, sehr gut. Ja, ich wollte fragen, meine Vorstellungen von etwas, was am Tag sehe, sind ja sehr begrenzt. Ich kann nicht alles wahrnehmen von einem Objekt daraus. Ich kann nur einen Teil davon wahrnehmen. Ich gehe nach Hause und versuche ich, nochmal in Erinnerung zu rufen. Ja, ja. Und bei dieser Erinnerung denke ich mir, mein Denken kann so unvollständig sein, weil die Vorstellung so unvollständig ist. Ich kann nicht alles, was ich hinschaue, im Detail aufnehmen. Ja. Ja. Und daher, meine Frage, dieses Denken ist nur, ich meine, ja, wenn man von intuitiv reden, dann muss ich, da ist in mir ein Konflikt, wie kann ich von etwas, was ich draußen sehe, und nicht vollständig in allen seinen Facetten das aufgenommen habe, wie kann ich dann so wirklich intuitiv ein Gedanke darüber machen. Das tut man irgendwie, irgendwie kann ich das nicht fassen. Wie kann ich das machen? Wenn wir jetzt von intuitives Denken reden, dann denke ich mir, meine Vorstellungen von Dingen, die ich auf der Straße gehe und sehe, sind so mangelhaft, dass eigentlich auch infolgedessen mein Denken mangelhaft ist. Ja, sicher. Ich meine, damit man etwas wirklich tiefer erfasst, muss man sich ja länger damit beschäftigen. Und dann spielt sich genau immer der Prozess, wenn jetzt da Intuition steht, heißt das ja nicht, zum Beispiel der vollkommene Begriff der Eiche, das wäre etwas Riesiges in Wahrheit. Den habe ich ja normalerweise, als Mensch normalerweise gar nicht. Da muss ich, wenn ich viel mit Eichen zu tun hatte und sie studiert habe, jahrelang, jahrzehntelang vielleicht, dann bilde ich mir immer mehr Begriffe und je mehr Begriffe ich mir dazu bilde, je mehr Feinheiten ich unterscheiden kann, weil die Begriffsbildung fängt schon an, dass ich unterscheiden lerne. Und sehe, ja, aber das ist anders als bei einer Birke zum Beispiel. Der Stamm ist anders, ganz anders. Und ich schaue mir das genauer an, wie der ist. Und ich werde mir dieser Unterschiede bewusst, die drinnen sind. Weil diese Unterschiede würde ich nicht erkennen, wenn ich nicht auch eben das Denken dazu einsetzen würde. Aber ich brauche umgekehrt die Wahrnehmung. Wenn ich die Eiche nicht vor mir hätte, kann ich denken, so viel will, ich werde nicht darauf kommen, was eine Eiche ist. Also ich brauche erstens die Eiche, die vor mir steht, die ich aber immer besser erkennen lerne, je länger ich beobachte und mit dem denkenden Bewusstsein dabei bin. Das muss ich auch, sonst klotz ich es eben wirklich nur an und dann nehme ich aber auch die Details nicht wahr. Also allein schon, wenn ich anfange, die Details wirklich zu erkennen und sehe, ah, das ist ganz anders bei der Eiche als bei einer Buche zum Beispiel. Und wenn ich mir das ganz bewusst mache, dann wird mein Begriff und meine Erkenntnis über diesen Baumholt, über die Eiche immer reicher. Und wenn ich das habe, kann ich später auch, wenn ich das vielleicht jahrelang geübt habe, werde ich sicher auch besser in der Vorstellung mir auferufen können. Und wenn man geübt ist im Hinschauen, zum Beispiel wenn man beruflich jetzt Botaniker oder was ist und jeden Tag mit Eichen und Bäumen zu tun hat und mit Eichen, die gesund sind, mit Eichen, die krank sind, mit jungen Eichen, mit ausgewachsenen Eichen, mit Eichen, die auf diesem Boden stehen, die auf jenem Boden stehen, dann fallen mir die feinsten Schattierungen auf, die mir genau sagen, was ist mit der Eiche los. Aber gleichzeitig, ich füge da nur eine Kleinigkeit an, Wolfgang, das sieht man bei Ärzten oder auch bei Köchen, ich fange nämlich mal Köche. Ja. Wenn man Koch ist, heißt das dann nicht, dass man unbedingt immer gut kocht. Es gibt ja auch Köche, die leider immer ziemlich Gurke kochen, Tag ein, Tag aus. Und bei Ärzten ja auch. Manche sehen den Patienten immer das und andere Sachen sehen die gar nicht und andere sehen vielleicht alles. Wir sagen, dass mit dem Profi-Beispiel oder man sagt zum Beispiel bei Tauchern, ja, so Taucher mit Flasche, die Profi sind am meisten gefährdet, weil die irgendwann so Grundsicherheitsdinge vergessen und dann auf einmal erwischt es sie in 30 Meter Tief und das war's. Ich will sagen, wenn man jetzt Botaniker ist, heißt das glaube ich noch nicht, dass man jeden Baum wirklich auch neu Erkenntnis nimmt oder neu hineinnimmt. Nein, ich meine, es ist die Frage auf welcher Ebene. Ich meine, ein Botaniker wird sicher, sage ich mal bei einer Eiche, sehr schnell einen Blick dafür haben, ob die gesund ist oder ob die krank ist, ob irgendwas fehlt oder so. Aber das ist ja auch alles noch lang nicht das Volle. Ich meine, voll wäre es dann so irgendwo, so wie es halt Goethe mit seinen Pflanzenstudien gemacht hat, der jahrelang, jahrzehntelang Pflanzen studiert hat in allen Details und gesucht hat, was ist das gemeinsame Bildungsprinzip in allen. Also da kommt nämlich dazu, dass er aufmerksam beobachtet und ein, ja, eben gar kein abstraktes Denken dazu bringt und dadurch wird es nämlich reicher, sondern ein sehr lebendig gestaltendes Denken. Er versucht einfach in seinem Bewusstsein, jetzt schaut er die Pflanze an und dann versucht er es in sich nachzubilden. Wie ist diese Form? Und was sagt mir diese Form? Dann, das macht vielleicht der Botaniker oft nicht, ich meine, oder beim Arzt, das ist es heute ja oft so, dann wird ein Blutbild gemacht und dann kriegt er den Ausdruck und dann sagt er, okay, das Blutbild ist nicht in Ordnung und mehr schaut er nicht an. So jemand wie Goethe würde jetzt aber genau schauen, wie schaut denn der Mensch aus? Wie ist seine Hautfärbung? Wie schaut er da rein? Wie ist sein Blick? Und das würde auch sehr, sehr viel sagen, was ein guter Hausarzt oder ein guter Diagnostiker kann. Er sieht einen Menschen eigentlich an, da ist was nicht in Ordnung und vielleicht noch wo, und zwar ohne Blutbild. Ich meine, wenn ich es nur im Blutbild reduziere, sozusagen, habe ich eine sehr eingeschränkte Expertenmeinung dazu, aber in Wahrheit eine sehr eingeschränkte Erkenntnis der Sache. Weil ich vieles gar nicht wahrnehme und eben auch aber keinen Begriff mehr dazu bildet. Ja, dann bilde ich mir nur den Begriff halt über das Blutbild. Und auf das reduziere ich dann den Menschen, aber das ist ein winziger Teil davon. Also ich müsste mich allseitig damit beschäftigen, wie ist die Umgebung des Baumes, wenn wir jetzt wieder zum Baum zurückkehren, wie verändert sich das? Wie ist das, wenn der Baum jetzt, weiß ich nicht, 500 Meter Höhe erweckt, dasselbe Baum? Ändert sich da etwas? Ja, es ändert sich was. Buchsform ändert sich ein bisschen. Weil die auch von der Höhe, vom Klima, von der Gelde und so weiter abhängig ist. Und das hat Goethe also sehr intensiv untersucht zum Beispiel. Und dann wird aus dem, was halt durch Intuition in Wahrheit hereinkommt, ja wirklich letztlich bis zum Erlebnis der Urpflanze geführt. Du kommst durch Intuition herein, es ist immer die Intuition, durch das hereinkommt. Und die Intuition ist eigentlich im Grunde, da kommt halt die geistige Seite davon herein. Und jetzt ist die Frage, was kommt davon aber wirklich bei mir im Bewusstsein an? Weil das kann also absterben bis zum ganz abstrakten Gedanken. Also beim Arzt mit dem Blutblüt sind es ganz abstrakte Gedanken, rote Blutkörperchen, so und so viel. Er sieht nicht einmal mehr das Blut in Wahrheit, er hat nur mehr den Ausdruck. Es hat nicht die Maschine sozusagen untersucht. Es hat nur das fertige Ergebnis. Dann weiß er abstrakt, aha, zu wenig rote Blutkörperchen. Und daraus stellt er die Diagnose, ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber es wird sehr abstrakt. Beim Goethe zum Beispiel ist es so, dass er das gar nicht bis in den abstrakten Gedanken hineinbringt, sondern in ein sehr lebendig gestaltendes Denken. Das heißt, er bildet sich nicht an abstrakten Begriff der Pflanze oder ihrer Form, sondern er bildet sich innerlich nach. Das heißt, er erlebt in sich diese eigentlich relativ komplette Formbewegung, die diese Pflanze macht. Wenn ich mich noch ein bisschen beschäftige. Ja. Ich wollte das mal nachfragen, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Und zwar, also ich mache es jetzt wieder mal schön kurz. Ja. Die Wahrnehmung, je reicher ich meine Wahrnehmung gestalte, also auch die Beobachtung, ich würde jetzt sagen, auch mit meinem Willen, mit meinem Interesse. Ja. Umso reicher ist, also ich nehme das auseinander, diese Welt, und baue sie wieder zusammen mit Hilfe des Denkens. Ja, genau. Umso reicher kann ich mein Denken gestalten, und umso größer ist die Möglichkeit, dass die Intuition dazukommt und sich etwas Neues gestalten kann. Ja. Also so habe ich es verstanden. Ja, ja, wobei Intuition ist schon immer dabei, weil, indem ich das genau beobachte, da kommt ja schon was herein von der Gesetzmäßigkeit in dem drinnen ist, was ich sehe. Also die Grundvoraussetzung für ein reichhaltiges Denken ist immer, erst einmal die Wahrnehmung, je reicher ich sie gestalte. Ja. Umso reicher kann mein Denken sein. Ja. Also die zwei gehören zusammen. Ja, sie gehören zusammen und sie bedingen einander wechselseitig. Weil, wenn ich nicht mit dem Denken wach dabei bin, kann ich jahrelang etwas anklotzen und ich werde das nicht mehr, auch nämlich nicht mehr sehen. Weil schon allein, um aufmerksam zu werden, muss ich das eigentlich in Bewegung setzen. Ja, durch mein Willen. Muss ich aufmerksam Dinge verfolgen. Durch das Interesse und durch den Willen gestalte ich als erstes die Beobachtung. Genau. Und durch das Interesse und durch den Willen setze ich das wieder neu zusammen. Genau. Und bekommen durch dieses, Entschuldige, und bekommen durch dieses neue Zusammensetzen, oder was mein Denken sagt, auch immer dann automatisch eine persönliche Färbung dazu. Ja, sicher. Also individuelle Färbung. Ja, du kriegst eine individuelle Färbung, sicher. Sicher. Aber es ist nichts, was... Aber es ist zugleich objektiv, aber es ist vielleicht nicht das Ganze. So kann man sagen. Also ich kann nicht willkürlich was. Ich meine, ich kann nicht aus einer Eiche sozusagen was völlig anderes machen. Ja, kann ich schon, aber dann habe ich halt immer die Eiche im Blickfeld. Aber die Eiche fordert also, dass ich gewisse Begriffe hereinbringe. Aber keiner von uns wahrscheinlich wird es schaffen, alles hereinzubringen, was es gäbe zu der Eiche dazu. Weil die viel, viel reicher ist. Ich möchte nur mal anknüpfen an deine Frage, Marget, die ja sehr interessant oder auch sehr wichtig. Es scheint jetzt, also nach meiner, nach meinem Denken ist es so, ich mache es jetzt mal ganz simpel, Style. Okay, Wahrnehmung ist wie eine Kamera. Ist eigentlich relativ... Ja, also wie eine filmende Kamera oder ähnliches. Bild kommt durch die Linse und wird irgendwo auf so ein Speichermedium. Intuition ist auch irgendwie da, so relativ passiv. Und das Aktive, was ja jetzt den großen Unterschied macht, nach meinem bisherigen Denken, ist, wie viel Aktivität ich durch eigene Denkbewegungen hereinbringe. Also nochmal, so von der Geste, Kamera, so von außen, Wahrnehmung, läuft und läuft und läuft. Die Kamera ist eigentlich immer an. Ob ich jetzt ein Foto-Operat, ob der jetzt eingeschaltet ist oder nicht, ist eigentlich egal. Aber inwiefern das jetzt sich einbrennt zu einem Bild und ähnliches, hängt davon ab, hängt vielleicht von diesem empfangenen Chip ab. Und wenn das jetzt mein Denken ist und ich nehme das wirklich herein und will es verstehen und bringe dabei Begriffe hervor, immer weitere Differenzierungen, da würde ich sagen, hängt die Auseinandersetzung mit demjenigen an, wo dann die Intuition hinzukommt. Genau, genau. Und das heißt, wenn ich jetzt diesen DJ, die Regler hoch und runter schieben könnte, würde ich sagen, bei dem Wahrnehmung, das ist eigentlich gar nicht unbedingt ein Regler, das ist wie feststehend, Intuition auch feststehend. Aber wirklich der Regler, wo ich aufdrehen kann oder runter, ist halt meine damit Auseinandersetzungsaktivität, was ich jetzt Denken nennen könnte. Ja, das ist es. Weil ich muss die beiden Seiten nämlich aktiv zusammenbringen. Das ist die Arbeit, die ich leiste. Und je aktiver ich dabei bin, desto mehr kommt von der einen Seite und desto mehr erkenne ich auch von der anderen Seite. Weil wenn ich nicht aktiv mit dem Denken dabei bin, kann ich so lange hinschauen, wie ich will, weil ich wenig erkennen davon. Es wird mir einfach sehr unklar bleiben. Und je mehr Begriffe ich dazu bringe, desto mehr sehe ich letztlich auch. Ich muss die Wahrnehmung mit dem Begriff in Wahrheit durchdringen, sonst wird sie gar keine Wahrnehmung. Das ist nämlich das Beste. Oder keine verwertbare Wahrnehmung, oder? Ich weiß nicht, ich will es nicht im Detail prühen. Ich versuche es ja nur ganz gut zu verstehen. Ja, naja, im Extremfall eigentlich nur bis zu dem Komma gar nie. Aber im Extremfall wäre es gar keine Wahrnehmung mehr. Weil Wahrnehmung heißt und unterscheidet zumindest, das ist hell und das ist dunkel. Oder das ist oben und das ist unten. Und das ist bereits eine begriffliche Bestimmung. Und wenn ich die nicht dazu bringe, gibt es kein oben und unten für mich. Und kein hell und dunkel. Das erlebe ich dann letztendlich gar nichts. Dann nehme ich die Wahrnehmung nicht an, sozusagen. Also ich muss die Wahrnehmung annehmen durch mein Denken. Und wenn ich das immer mehr tue, werden mir immer mehr Details bewusst werden. Weil jetzt fasse ich auch, diese Blätter haben da so eine dreieckige Form vorne. Vorher war es nur ein grüner Blick. Wenn ich jetzt den Begriff Dreieck dazu bringe, ah, das ist ein Dreieck gegeben wie vorne, die Blätter angenommen. Vorher ist mir das nicht aufgefallen. Ich habe es nicht gesehen, weil ich den Begriff dazu nicht hatte. Ich habe nur geklotzt und auch grün. Grün habe ich schon unterschieden. Grün ist anders als das Himmelsblau. Den Begriff habe ich schon dazu gebracht. Aber nicht viel mehr. Aber je aufmerksamer ich bin, desto aufmerksam bin ich eben dadurch, dass ich immer mehr aus der gedanklichen Sphäre, als der Begriffssphäre dazu bringe. Ich habe daher immer mehr und mehr unterscheiden können. Das ist eben der große Punkt. Und davon hängt auch wirklich ab, wie viel ich wahrnehme von der Welt oder eben nicht wahrnehme, sondern verschlafe einfach. Denn nur, dass die Augen offen sind, ja, das ist wie bei der Kamera. Aber die Kamera weiß nichts, dass sie dort ein Bild abbildet. Sie tut es halt einfach. Aber sie erlebt nichts dabei. Und so wie es bei uns auch. Wir haben die Augen offen. Es bildet sich alles ab auf der Netzhaut. Es geht von mir aus auch ins Gehirn. Aber wenn ich nicht aktiv dem jetzt auch etwas Begriffliches entgegenbringe, wird es mir nicht bewusst. Es bleibt außerhalb des Bewusstseins. Also es geht darum, nämlich, dass ich es ins Bewusstsein heben kann. Und das erfordert diesen aktiven Prozess. Und da muss ich aktiv etwas entgegenbringen. Und umso mehr taucht auch draußen für mich auf. Also für mein Bewusstsein nämlich. Es ist eh immer da, aber für mich halt nicht. Man merkt, dass die Tageszeiten... Warte mal ganz kurz, wir haben Technik was... Ach nee, der Mathe meinte, er hört Miley nicht. Aber ich habe die Miley gehört. Miley bleibt da, alles gut. Bleib da, Miley, bei dir ist alles gut. Okay. Der Mathe hat eine schlechte Verbindung. Warte mal ganz kurz bitte, weil Mathe hatte dich nicht gehört. Warte mal kurz, ja. Ja, genau, wir müssen nochmal einsteigen. Also wir konnten die Miley eben hören, jetzt geht es weiter, Mathe, ja? Aber mich hat man nie gehört wahrgenommen, oder? Doch, doch. Schon? Oh ja. Ich habe gedacht, man hört mich nicht, weil eigentlich wollte ich auf etwas zurückgreifen, schon längere Zeit, was Christoph gesagt hat. Entschuldigung. Kann man das vielleicht nachstellen, dass die Miley war, jetzt Gott dabei zu erzählen? Okay, ich wollte nur sagen, wenn man versucht, die Tageszeiten... Ah, okay, ja. Soll ich ruhig sein? Nein, 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 weiter. Wir haben nicht, der Mathe hat zwar eine schlechte Verbindung jetzt, dass das eine Verzögerung auch noch hat. Das war schon bei mir auch oft. Ja, ja. Ich habe gesagt, wenn ich versuche die Tageszeiten jetzt, nicht, dass ich da draußen schaue, sondern aus meinem Gedächtnis und das Gefühl, was ich mitbekommen habe, zum Malen, dann komme ich darauf, was ich alles nicht wahrgenommen habe, aber das, was ich nicht wahrgenommen habe, kann ich, wenn ich das male, auch intuitiv erfassen und versuchen, das doch in eine Harmonie bringen, und ohne dass ich wirklich das wahrgenommen habe, durch diese Intuition kann ich es aufs Papier bringen. Das ist möglich. Und das finde ich schon höchst interessant. Ja. Ja, ja, ja. Ja, das ist auch durchaus interessant. Und du hast es dann sozusagen in der Vorstellung, aber indem du nämlich den Begriff, also jetzt, indem du arbeitest damit, im Tun nämlich, kommt das heraus, was dir zwar im Moment des Schauens vielleicht nicht bewusst war, aber im Tun kommt es heraus. Das habe ich gemeint. Ja, genau. Ja, ja, im Tun kommt es heraus. Und eben, das ist das Wichtige, weil da beim Denken ist eben auch der Wille dabei. Und Denken, ich meine, es gibt ja auch die, wie soll ich sagen, die praktisch tätige Intelligenz. Das ist nicht alles, was ich in logischen Worten oder in einer logischen Abfolge erklären kann. Ich meine, das Denken ist viel reicher. Also, auch wenn ich, sozusagen, ja, Intelligenz ist auch drinnen, wenn ich eine Maschine beherrsche, wenn ich ein Pferd reiten kann, das ist praktische Intelligenz. Da geht nicht der Wille irgendwie, sondern der Wille ist ganz klar gelenkt und ganz, ganz, aber ohne, dass ich es jetzt denken muss, da steckt auch Intelligenz drinnen. Ich meine, im Grunde fängt, das wird vielleicht später eh irgendwo kommen. In Wahrheit, er hat ja schon gesagt irgendwo sehr deutlich, dass also der Wille beim Denken auch dabei sein muss. Irgendwo war das vorher, dass er gesagt wurde, na ja, das wird ja dann heißen, dass das Denken gewollt sein muss. Ja, ja, natürlich, ja, sicher muss es gewollt sein. Gerade dadurch bin ich mir ja deshalb so stark bewusst, dass ich beteiligt bin, weil ich es will, ich muss es wollen. Also das Denken tröpfelt nicht einfach so rein, ohne dass ich was tue. Im Gegenteil, ich muss ganz aktiv werden. Und muss ich mir durchaus nicht jetzt zu einer verbal oder irgendwie in einer logischen Folge zu Bewusstsein bringen, sondern das kann durchaus darin bestehen, dass ich das einfach jetzt male, das Bild. Und im Malen merke ich, ja, aber der Korbton passt noch nicht ganz. Richtig. Und jetzt, ah, jetzt stimmt es. Und da bringe ich genau die begriffliche Seite in Wahrheit dazu, nämlich die begriffliche Seite, die diese Farbschattierung, die mit der Farbschattierung zusammenhängt. Ja. Und das heißt, erst im Normalen sozusagen Vorstellen, bevor ich noch zu Malen anfange, wenn ich mir es innerlich vorstelle, ist es noch nicht da. Aber wenn ich zum Malen anfange, wird es konkreter und dann merke ich eigentlich bei der Wahrnehmung, war das schon irgendwo da, aber ich habe es noch nicht selber aktiv verbunden. Aber jetzt, indem ich aktiv werde, durch die Tätigkeit, nicht durch das abstrakte Denken, sondern durch das aktive künstlerische Gestalten, da bringe ich die ganze Gesetzmäßigkeit hinein und merke, ah, jetzt geht es in die richtige Richtung. Ja, genau. Ich wollte sagen, wenn ich meine Vorstellung reinbringe, genau da patze ich an. Das entspricht dann nicht der Wahrheit. Ja, ja, genau. Genau. Du musst jetzt eigentlich im Malen aktiv diese Verbindung jetzt hier im Moment des Malens herstellen. Nicht die blasse Vorstellung, die mir zuerst mitgenommen habe. Ich meine, das ist, und da kannst du es nämlich auch total beobachten. Da kannst du wirklich beobachten, da fangst du nämlich gerade beim Tun. Ich meine, ich merke das im Schauspiel, bei einer Rolle oder was. Wenn die anfangen zu laufen, dann weiß ich, ich mache es. Na klar, ich spiele es, nicht ein anderer spielt. Aber ich kann komplett wachbewusst zuschauen, was da passiert, und ich sehe genau, ob das passt oder nicht. Aber ich denke nicht dabei mit, jetzt müsste ich das machen. Es passiert. Aber ich bin im Augenblick als Beobachter dabei. Es passiert durch mich. Da verbindet sich halt der Begriff, sagen wir es jetzt nennen wir es, der der Rollenpersönlichkeit, die da ist, die der Dichter vorgegeben hat, mit dem, was ich wirklich tue. Und dann habe ich es ganz wachbewusst. Aber ich tue es mir nicht abstrakt ausdenken. Da kommt immer mehr und mehr herein, da kommt immer mehr Intuition herein in Wahrheit. Aber im Tun, das ist so das Schwierige damit. Andererseits sagt er ja beim Denken. Denken ist eigentlich der Ausdruck dessen, dass mir dieses Wollen voll bewusst wird. Ich hätte jetzt ein praktisches Beispiel dafür. Soll ich es euch zeigen? Ja. Margit zeigt uns ihre Tattoo. Schauen wir mal, was da kommt. Mikrofon Margit. Kompliziert sagt er dich. Bezüglich des Gartens. Ja. Das Wesen einer Rose. Ja. Das ist jetzt nicht naturalistisch, sondern das ist jetzt. Mhm. 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 Die Erinnerung an einen Garten. Ja. Und nicht naturgetreut. Und trotzdem denkt man, die sind echt. Ja, stimmt. Auch wenn man es so direkt davor steht. Ja, ja, ja. Richtig. Richtig. Ja. Das ist jetzt einfach nur so als Idee. Ja. Entschuldigung. Es ist nicht nur, dass man das naturalistisch nachbilden kann, sondern dass die Idee eine mit trägt. Genau. Genau. Weil es ist blöd. Oder? Ja, ja. Weil sonst kann ich es auch gar nicht so gestalten. Ich meine, wir sind heute nur zu sehr dieses sehr abstrakte Denken gewohnt, das aber eigentlich ganz, 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 ganz wenig Substanz hat. Ich meine, was zu einer Rose oder zu irgendwas oder eben auch wenn du malst oder so, nur mal den Himmel zu malen. Was da eigentlich dazugehört, das kann ich nicht mit ein paar abstrakten begriffen. Das ist viel, viel reicher. Das heißt, ich kann, ich weiß, denken heißt dann, ich weiß, im Moment des Tuns, da passt genau die Schattierung. Und die ist jetzt richtig. Und wenn ich da rüber gehe mehr in die andere Himmelsrichtung, ändert sich das. Und ich spüre genau, der Flakton ist richtig. Das ist oft gar nicht im Denken, sondern es ist im Tun. Die Hände denken. Ja, es ist ein gesetzmäßiges Tun. Und ich denke, denken wird es dann, wenn ich mir jetzt dann noch zu Bewusstsein bringe, wie das alles zusammenhängt. Dass das so sein muss, das so sein muss, das so sein muss. Ich meine, wir dürfen nicht immer nur auf das abstrakte Denken gehen, dass das Denken wäre. Das ist eigentlich der aller, aller, aller letzte Rest. Das ist auf ein paar abstrakte Zusammenhänge reduziert. Das ist der letzte Rest. Hört man mich? Ja, hört man mich? Ah, weil ich will schon 25 Minuten, will ich mich beziehen. Ich habe schon gerne eine lebendige Konversation. Aber wenn ich etwas im Kopf habe, dann kann ich nicht wirklich zuhören. Okay. Ich will mich zurückbringen zu dem, was Christoph gesagt hat, weil ich finde es noch wichtig. Ohne Begrifflichkeit von späteren Ergebnissen der Geisteswissenschaft. Nur innerhalb der Gedankenganges von Philosophie der Freiheit. Du hast ja gesagt, dass du die Intuition an der Idee anzapfst, oder? Du hast den Löwen erwähnt, oder? Der Löwe. Der lebendige Wesen ist ein Teil dieser Welt. Und das, was die Intuition anzapft, ist nicht Idee. Die Idee ist eigentlich das Endprodukt, weil die Idee ist eigentlich auf eine Art Tod. Der Begriff ist etwas Abgestorbenes. Das erleben wir so, sonst hätte das eine Wirkung in der Welt. Aber wir können denken und die Welt ist trotzdem da. Aber das, was du anzapfst, ist das Wesen des Löwens. Also sozusagen, weil Löwe ist ein lebendiges Wesen, also Begriff kann ich nie erfassen eigentlich. Aber was du anzapfst mit der Intuition, ist das Wesen des Löwens. Aber das geistige Wesen, also die Gattung des Löwens siehst du dann. Das wollte ich nur noch sagen, weil das ist ja auch verbunden mit allen späteren Fragen, was gestellt wurden. Ja, ich meine, es ist jedenfalls viel, viel reicher. Und Goethe hat immer gesagt, irgendwer hat das zu ihm gesagt sogar, was Goethe hat, ist anschauende Urteilsgraf. Und das bedeutete, dass sein Denken sich niemals von der Wahrnehmung entfernt, sondern ganz hautnah dranbleibt an allen Details. Und die nicht in der Kontraktion weglässt. Und da, wo wir das wirklich reiche Denken der Götter, der hätte nie abstrakt irgendwas über Pflanze gesagt. Das geistige Wesen des Glaubens zu schauen ist nichts abstrakter, sondern eine Wesenheit. Nein, das habe ich gar nicht gemeint. Begriff ist etwas Abstraktes. Deswegen zapft Intuition. Christoph hat gesagt, dass er dann anzapft an die Idee. Wenn er jetzt vom physischen Leib und so weiter einfach in immer tieferer Wahrnehmung kommt, oder höher, das ist egal, zapft man nicht an der Idee. Idee ist eigentlich das Endprodukt von dem, was man anzapft, wenn man schaut. Oder der Begriff, der abstrakte Begriff, also sagen wir mal der abstrakte Begriff. Ich meine, bei einem Dreieck... Ja, weil schon Löwen ist ein Lebewesen. Ja, aber bei einem Löwen oder bei der einfachsten Pflanze oder was ist es so unendlich reich. Im Grunde unendlich reich. Und der Punkt ist aber, ich kann es, und das konnte Goethe an der Pflanze, die er sieht, in der Pflanze, erleben, weil er das zusammenbringen konnte. Genau, weil die Pflanze kann man ja nicht verstehen mit abstrakten Begriffen, weil sie ein Lebewesen ist, noch weniger ein Löwen. Was man anzapft mit Intuition, ist nicht der materielle Löwe da vor dir, weil sonst zappst du eigentlich nichts. Ja, dann ist das wirklich eine Unwahrnehmung. Was du zappst, ist einfach das Wesen des Löwens. Ja. Das sieht man dann. Und das ist im Löwen drinnen. Das ist im Löwen drinnen. Und das Wesen des Löwen erkennen heißt im Grunde, und das ist fast dasselbe, was Mali, du gesagt hast, mit dem Malen. Ich weiß dann genau beim Malen, der Farbton muss da so sein, der nur so passt da. Und der, der daneben liegt, muss anders sein, der muss so und so sein. Und diesen Zusammenhang, der ist mir dann bewusst, in dem Moment, wo mir das bewusst ist, und nicht nur Moi und Moi und, aha, ja, jetzt insgesamt passt's. Nein, wenn ich anfange zu wissen, was wo hingehört und dass es genau so dort sein muss, dass es passt, dann habe ich lebendiges Denken gehabt. Ich meine, alles, was wir heute auf der Uni haben oder so, ist ein abstraktes Fragment von irgendwas. Da ist ja von der Pflanze oder von irgendwas nichts mehr da im Grunde. Also das ist wirklich der letzte Rest. Das ist das Abgestorbene. Und da komme ich jetzt noch einmal auf den Willen zurück. Das wirkliche Denken fängt mit dem Wollen des Denkens an. Ich will den Löwen in seiner Gesamtheit erfassen und ihn mir geistig nachbilden. Im Grunde. Das heißt, ich bilde eigentlich den Löwen in dem Moment. Und je reicher mir das Gewinn, desto mehr erfahre ich von ihm. Und ich kann es aber immer mehr zum Absterben bringen. Und dann wird es immer kargerer Begriff, immer dürrerer Begriff. Ein Löwe ist, zählt zur Gattung der Raubtiere. Das sagt mir über einen Löwen nicht mehr sehr viel, wenn ich es auf das reduziere. Das hat ja der Goethe so verteufelt und mit ihm sogar der Schiller, dass man nur ging nach dem Bestimmungsbuch. Aha, gehört zur Gattung sowieso, hat so und so viele Blütenblätter und damit ist die Pflanze erledigt. Das ist ja nichts davon. Das stimmt zwar, ist zwar sicher richtig, aber ist der abgestorbenste Rest davon. Aber wenn ich in mir im Bewusstsein die ganze Blume aufbauen kann oder den ganzen Löwen aufbauen kann, in allen seinen Details, dann habe ich ihn wirklich erfasst. Ich würde euch ganz gerne nochmal mit einer Frage verwirren, euch beiden. Ich denke, dass der Begriff... Ja. Ja. Ich würde gerne auch noch was sagen, aber dann macht du zuerst was. Nee, dann mach du. Nee, mach du ruhig. Ich wollte nur, dass ich da später nochmal kurz anknüpfen wollte, was Matthias sagt. Ja, und zwar bei dem Wollen bin ich jetzt nochmal. Also ich bemerke in meinem eigenen Leben, es gibt Dinge, die kosten mich viel Energie, sie zu wollen, in manchen Situationen. Und in anderen Situationen bin ich tätig, sehr stark tätig und da fragen vielleicht andere, wie machst du das oder so. Aber das geht dann wie leicht, obwohl es vielleicht für andere Leute wie ein riesen Berg Arbeit oder Aufwand aussieht. Und darauf wollte ich jetzt hin, die Frage, wollen einmal als Entschluss, ja, ich will das jetzt schaffen. Das fühlt sich aber an wie Arbeit, so kenne ich das. Und in anderen Meilen, da rennt man quasi den Berg hoch wie der Blitz. Ist auch aufwendig, aber man... Das ist dann wie von selbst, sage ich mal so. Da habe ich jetzt bitte, ob wir das irgendwie einsortiert kriegen vielleicht ein Stück weit, was das Wollen angeht. Wenn das irgendwie geht. Liebendes Wollen. Die Liebe ist dabei. Bei dem Wollen. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber... Ich meine, das kommt dann eh total im nächsten Kapitel. Aber... Entschuldige, Christoph, dass ich jetzt noch dazu was sage. Genau das ist es. Und der Punkt ist auch, ich muss aber bereit sein unter Umständen am Anfang, wenn ich zum Beispiel jetzt zu malen beginne oder was am Anfang, ich kann noch nicht. Ich muss es erst lernen, ich muss erst üben und so weiter. Und vielleicht brauche ich zehn Jahre dazu, bis ich so weit bin. Und dann läuft es. Dann läuft es. Dann kann ich es. Und dann habe ich es erst. Das ist der weite Weg. Das heißt, es dauert unter Umständen Jahre. Und zum Beispiel, wenn ich mir den Begriff eines Löwens wirklich zu bilden, dazu brauche ich diese Jahre. Und da wird mir nichts helfen, dass ich es in irgendeinem Buch studiere. Da muss ich halt wirklich draußen Ihnen irgendwo in der Natur begegnen. Und leben sozusagen mit Ihnen oder in Ihrer Nähe. Natürlich mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Aber dann wird es ein lebendiger Begriff werden. Davon ansonsten nicht. Und da ist viel, viel Tun dabei, das am Anfang vielleicht ganz mühsam ist und mit der Zeit immer geläufiger wird. Und wenn es dann anfängt zu laufen, dann ist es auch wirklich so, dann kann ich ganz wach, bewusst dabei zuschauen, weil es läuft von selber. Ich kann es einfach. Also ich kann, weiß ich nicht, dagegen spielen. Das läuft einfach. Ich muss nicht mehr in dem Sinn nachdenken, was muss ich denn da tun. Sondern ich tue es in der Gesetzmäßigkeit, die zu dem Musikstück passt. Und das läuft ganz selbstverständlich. Und ich kann aber wach zuschauen, was mache ich denn da eigentlich? Was passiert denn da eigentlich? Und ich kann im Grunde jetzt minutiös verfolgen, wie die ganzen Bogenstriche miteinander zusammenhängen. Und warum ich da ein bisschen zarter drüber fahren muss und jetzt ein bisschen kräftiger und so weiter. Und wie das alles zusammenpasst. Und dann habe ich es ganz im Bewusstsein auch. Das unterscheidet im Übrigen den Musiker, der sich sehr arbeitet, von dem, der es aus dem Talent hat. Das ist ein gefährdet. Ich wollte ein bisschen probieren. Ah, läuft schon. Also die Moxen, ja keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es geht auch. Wolfgang, das ist aber nicht das. Also, okay. Ja. Passt. Das Beispiel, was ich habe mit dem Wollen ist so, zwei Leute fangen Geiger an. Der eine macht das Tag und Nacht. Der hat eine Höllenmotivation irgendwie. Und der andere sagt, ja, ich würde ja gerne, ach, der Lehrer ist da jetzt nicht geübt. Der hat eine Qual über Jahre und irgendwann bricht der Unmut, bricht er ab, weil so. Das heißt, wo nimmt der eine das her, so Vollgas zu geben, Tag und Nacht? Und der andere wird ja gern, aber irgendwie quält er sich. Darum geht es mir eigentlich so. Ja, ja. Aber da sagst du genau, glaube ich, den Unterschied. Der eine sagt, ich würde ja gern, ich möchte gerne. Und der andere sagt vielleicht gar nicht, ich will. Sondern bei dem ist der Wille Realtat. Nämlich den Wunsch zu haben, etwas zu können, hat mit dem Willen dazu noch gar nichts zu tun. Ich will gerne ein Stargeiger werden. Das taugert mir. Aber ich will eigentlich nicht alle die Schritte machen, die dorthin notwendig sind. Weil der, der wirklich will, der genießt in Wahrheit jeden einzelnen Schritt. Und auch wenn es einmal schief geht. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Und hundertmal. Und jetzt geht's. Also der ist bereit, die ganzen kleinen Schritte zu machen. Und hat eigentlich, selbst wenn es zehnmal schief geht, trotzdem ein Lusterlebnis, es wieder, wieder und wieder und wieder und wieder zu probieren. Ich meine, ich merke das bei der Sprachgestaltung. Ich mache die Übungssprüche, die wir machen seit über 35 Jahren. Und ich habe jedes Mal Lust, sie zu machen. Weil ich sage, das sind die kleinen Fingerübungen, aus denen kann ich immer wieder noch was Neues herausholen. Aber wenn ich anfange, sage, ja, den Faust möchte ich gern spielen. Aber der Weg dorthin, den möchte ich eigentlich nicht machen. Sondern ich möchte es halt einfach Schnipp haben können in Wahrheit. Also da fehlt die Motivation, die Übungen zu genießen. Sozusagen die kleinen Schritte auszuloten. Und zu sagen, interessiert mich gar nicht, wann das fertig ist. Sondern hier im Jetzt, die Kleinigkeit, immer wieder dieselbe Fingerübung. Bis die Finger so geschmeidig beim Klavierspieler sind. Bis die so sind, dass die Sitzung, wie zart oder wie fest die draufschlägt. Da gibt es so viele Unterschiede. Nicht schwindelnd über die Linke drüber, sondern immer mehr spüren. Da gibt es noch so viele weiche Unterschiede dazwischen. Wie stark ich anschlagen muss und so. Und das macht es aus. Finde ich anschaulich. Jetzt habe ich es. Vielen Dank. Ich will auch gar nichts abwürgen. Aber ich bin jetzt selbst mal Zeitwächter heute. Wir haben noch sechs Minuten. Und wir haben noch Christoph nicht sofort kommen lassen. Mattei eigentlich auch noch nicht. So. Und vielleicht schaffen wir dafür nochmal Raum. Machst du zuerst, Christoph. Ich wollte mich beziehen auf etwas, was Franz Fabio gefragt hat. Machst du zuerst und werde dann danach machen. Ja, okay. Gut. Ich wollte nur noch mal kurz einhaken. Und zwar für mich ist das Wesen eines Objektes ist seine Idee. Im Geistigen. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Idee suche, suche ich das geistige Wesen eines Objektes. Das ist für mich ein lebendiger Zusammenhang sozusagen. Ja. Und ich glaube, man darf damit... In diesem Buch, in diesem... Kollege. In diesem Buch ist ja nicht, dieses Buch ist ja geschrieben vor Ergebnissen der Geisteswissenschaft, wo vielleicht manchmal die Idee wirklich so gebraucht wird. Aber hier ist die Idee einfach Begriff der Sache. Ja. Herr Steiner sagt am Anfang vom vierten Kapitel, dass es keinen unterschiedlichen Begriffen und Ideen gibt. Und ich finde das ganz schön, um zu verstehen überhaupt alles Spätere. Aber jetzt die François Frage. Ganz einfach, François, mit diesem Willen. Zum Beispiel. Sagen wir, dass du nichts verstehst von den Brüchen. Du verstehst aber ganze Zahlen. Dann wirst du ein Wissen von Brüchen haben, erst wenn du alles tust, was der tut, der dir den Begriff Bruch erklärt. Du musst alles das tun, innerlich musst du das mittun sozusagen, mitdenken, mittun. Dann hast du das Wissen, was ein Bruch ist. Oder noch einfacher, wenn ich zu dir nach Hause komme und dann bin ich, sagen wir, zehn Minuten vor deinem Haus und ich finde nichts. Und dann rufe ich dich an und ich sage, François, wo ist dein Haus? Und du sagst, wo bist du? Und ich sage dir, was ich sehe. Und wenn, dann sagst du mir, geh 100 Meter weiter, biege nach rechts, bla bla bla. Und wenn ich dich frage, woher weisst du das, was du mir sagst, was du jetzt denkst, dann antwortest du mir immer mit einem Tun. Weil du das alles getan hast. Das gleiche ist bei der Geige. Du hast das getan und dann weisst du es. Und ja, deswegen ist das Denken immer ein Tun. Und Wissen auch eigentlich. Außer wenn man naiver Realist ist. Und das ist dieses Krux, oder? Dass wir naiven Realismus mit der Wege lernen, sozusagen. Weiter. Weil das bringt alle Krieger hervor. So. Jetzt bin ich fertig. Super. Danke, Mattei. Aber wollte ich gerade was Wollen sagen, Mattei? Was? Das hängt eben mit dem Wollen zusammen. Ich muss alles tun können. Ich habe so viel an Begriff oder Idee erfasst, als ich sie tätig hervorbringen kann. Das heißt, alle Details hervorbringen kann. Je mehr ich hervorbringen kann, desto mehr weiß ich davon in Wahrheit. Ja. Also das heißt, ich habe einen wirklichen Begriff von Löwen, wenn ich mir den wirklich im Gedanken jetzt vollkommen aufbauen kann. Oder ich habe ihn praktisch, wenn ich das Stück halt perfekt spielen kann. Und dabei aber genau weiß auch, warum ich es so. Jederzeit das miterleben kann. Also das ist in den meisten Fällen ist das halt einfach sehr, sehr viel reicher, als das, was wir normal halt jetzt unter Begriff verstehen. Und darum kann man mit dem Wort Idee oder so, wenn ich das ganze Reiche damit meine, dann ist es eh okay. Wenn ich den abstrakten Begriff nehme, wo das meiste fehlt, dann ist es wieder oben geworden, das ganze Geschichte. Wer fasst das hier zusammen? Es ist halb, diesen Zusatz zur Neuauflage. Ich habe mich nicht gemeldet, sondern ich bin jetzt... Echt? Mikrofon mal aus und dann erlaube ich mir ab und zu einen Kommentar. Ja. Nein, ich melde mich beim nächsten Mal. Okay. Nächstes Kapitel. Ich melde mich. Wunderbar. Dankeschön. Super. Aber dann fangen wir mit einem neuen Kapitel an das nächste Mal. Können wir gerade mal eben kurz drin bleiben? Mhm. Mhm. Schaltest du uns aus, oder? Dann schalte ich den Livestream aus. Danke schön. Dann verabschieden wir uns. Ciao, ciao, ciao. Ade. Ciao. 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 Ciao.